Kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy Redaktion. Boris, warte mal kurz. Der Felix Möse hat gerade angerufen. Der braucht noch einen Gag zu Österreich. Die spielen morgen gegen Deutschland. Ja, da kommt er wieder früh. Ja, habe ich auch gesagt. Wie findest du denn den? Würde Deutschland verlieren, könnten sie in den Alpen ja einen Berg nach Jogi benennen. Frag mal, wieso? Wieso? Das wäre der Gipfel. Ja, der ist ja mal richtig gut. Ja. Aber ich habe auch noch einen. Ein Testspiel gegen Österreich. Der einzige Ball, mit dem die sich auskennen, ist der Wiener Opernball. Der trifft's. Ja. Oder wir machen einen konkret für morgen. Manuel Neuer steht ja gegen Österreich im Tor. Oder wie sein Arzt es nennen würde, er muss sich noch schonen. Der ist auch stark. Den nehmen wir mal. Ja komm, dann machen wir Schluss mit lustig. Genau. Endlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy Keller. Gewinner des Deutschen Radiopreises. Nur bei Hitradio FFH. Untertitel der Ferien podcasting. Vielen Dank.